Herzlich willkommen! Mein Name ist Nida Ahmed und in diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit dem DokuPerformer Ihre Projekte, Applikationen, Services, Kennzahlenkataloge, Datamats oder auch Benutzerhandbücher im Umfeld von SAP BW, BO und HANA umfassend und strukturiert dokumentieren können. Hierfür nutzen Sie die sogenannten Szenarien im DokuPerformer. Diese bestehen aus einer frei definierbaren Struktur und können als Word, HTML oder PDF-Dokument exportiert werden. Das Video richtet sich also an alle Benutzer des DokuPerformers, die den Umgang mit Szenarien erlernen möchten oder auch an alle Interessenten, die die Möglichkeiten beim Einsatz von Szenarien im DokuPerformer kennenlernen möchten. Hier können Sie auch eine Anleitung als PDF herunterladen. Hier sehen Sie eine beispielhafte Szenariostruktur zur Dokumentation eines Projekts. Es enthält sowohl eigene Textkapitel und Überschriften als auch technische Objekte aus verschiedenen Subsystemen. So ist es möglich, Objekte aus SAP BW, HANA und BO in einem Szenario zu platzieren und auf diese Weise ein Projekt ganzheitlich abzubilden. Und so sieht das exportierte Szenario als Word-Dokument aus. Im Inhaltsverzeichnis kann man die Struktur des Szenarios wiedererkennen. Das fertige Szenario enthält nun die Inhalte, die zuvor im DokuPerformer definiert wurden. Die technische Dokumentation der enthaltenen Subobjekte ist vollständig automatisiert abgelaufen und lässt sich auch im Detailgrad an die Zielgruppe anpassen. Ich zeige Ihnen nun, wie Sie solch ein Szenario selbst erstellen können. Eine Übersicht Ihrer Szenarien sehen Sie im Bereich Szenarien. Diesen Bereich erreichen Sie über Dokumentation oder Kommentierung. Szenarien werden in einer eigenen Ordnerstruktur erstellt und organisiert. Über die entsprechende Schaltfläche können Sie neue Ordner auf der ersten Ebene erstellen. Über das Kontextmenü können Unterordner erstellt werden. Außerdem können die Ordner über das Kontextmenü umbenannt oder gelöscht werden. Bestehende Szenarien können innerhalb der Ordnerstruktur per Drag & Drop verschoben werden. Neue Szenarien können innerhalb der Ordner über die entsprechende Schaltfläche erstellt werden. Dabei muss ein sprachunabhängiger technischer Name vergeben werden und es kann eine sprachabhängige Beschreibung gepflegt werden. Über eine Dropdown-Auswahl kann auch ein Template für das neue Szenario ausgewählt werden. Dadurch können Inhalte aus dem Template in dem neuen Szenario übernommen werden. Wie Sie neue Templates erstellen, zeige ich Ihnen später im Video. Um eine Struktur aufzubauen, öffnen Sie das neue Szenario im Szenario Designer. Sie können hierfür das Szenario doppelklicken oder es über das Kontextmenü im Szenario Designer öffnen. Der Szenario Designer kann auch direkt unter Kommentierung geöffnet werden. Über die Dropdown-Auswahl in der oberen linken Ecke können Sie das Szenario wechseln. Zum Aufbau der Struktur des ausgewählten Szenarios stehen Ihnen verschiedene Strukturelemente und Subobjekte zur Verfügung. Mit Rich-Text-Elementen können formatierte Textkapitel erstellt werden. Sie können in diesen Elementen zum Beispiel die Schriftart, Größe und Farbe ändern, den Text auszeichnen, mit Aufzählungen und Einrückungen arbeiten sowie Tabellen und Bilder einfügen. Für Bilder kann auch ein eigenes Element hinzugefügt werden. Für kurze, unformatierte Texte gibt es einzeilige und mehrzeilige Textboxen. Es können feste Seitenumbrüche vorgesehen werden. Mit Listen-Elementen können Übersichten über eine Menge an Subobjekten in Form von Tabellen in das Szenario eingefügt werden. Bestehende Word-Dokumente können vollständig und komfortabel in das Szenario integriert werden. Die Elemente können per Drag-and-Drop in die Struktur eingeführt werden. Anschließend können der sprachunabhängige technische Name und die sprachabhängige Beschreibung des Elements gepflegt werden. Das erste Rich-Text-Element kann jetzt beispielsweise als Einleitung einer Projektdokumentation dienen. Beim Export des Szenarios bildet die Beschreibung die Überschrift für das jeweilige Element, also unser Kapitel der Projektdokumentation. Weitere Kapitel können auf der gleichen Ebene oder untergeordnet eingefügt werden. Hierdurch kann eine hierarchische Struktur mit Unterkapiteln aufgebaut werden. Einzeilige Textboxen ohne eigenen Inhalt eignen sich auch gut als Zwischenüberschriften. Ein kleiner Tipp, damit die Kapitel immer am Anfang einer Seite beginnen, können Seitenumbrüche platziert werden. Der Szenario-Designer bietet zwei unterschiedliche Modi. Den Änderungs- und den Übersichtsmodus. Szenarien werden zunächst im Änderungsmodus geöffnet. Hier kann man, wie wir eben gesehen haben, die Struktur des Szenarios aufbauen oder verändern. Der Übersichtsmodus stellt die Inhalte der Strukturelemente und die Kommentare der Subobjekte dar. Die Inhalte der Strukturelemente und die Kommentare von Subobjekten können auch im Änderungsmodus über das Kontextmenü angezeigt und anschließend bearbeitet werden. Es öffnet sich ein Editor zum Pflegen der Inhalte. Im Fall der Rich-Text-Elemente bietet dieser Editor sämtliche Formatierungsmöglichkeiten sowie das Platzieren von Bildern, Tabellen, Hyperlinks und Lesezeichen. Mit einem Klick auf die entsprechende Schaltfläche wechseln wir in den Übersichtsmodus. In diesem Modus ist die Bearbeitung der Struktur gesperrt. Man sieht eine Übersicht der Inhalte des Szenarios. Über einen Bearbeiten-Link kann man auch in diesem Modus die Inhalte bearbeiten. Bei einem Doppelklick auf ein Strukturelement oder ein Subobjekt springt die Übersichtsansicht zu der entsprechenden Stelle. Wenn die Grundstruktur des Szenarios aufgebaut ist, können im Änderungsmodus Zuweisungsregeln erstellt werden. So werden Subobjekte automatisch in den vorgesehenen Kapiteln eingeordnet. Alternativ können Sie auch Subobjekte vollständig manuell in die Struktur platzieren. Dies zeige ich Ihnen später im Video. Sie können zum Beispiel für das Kapitel Berichte festlegen, dass alle Queries und Analysis for Office Arbeitsmappen unterhalb dieses Kapitels eingeordnet werden sollen. Um Zuweisungsregeln zu erstellen, müssen Sie einen Rechtsklick auf das gewünschte Strukturelement machen und im Kontextmenü den entsprechenden Punkt auswählen. Im Dialog, der sich anschließend öffnet, können Sie die benötigte Regel auf Basis von Objekttyp, technischer Name und Info-Area definieren. Für das Kapitel Berichte wählen wir zunächst Nachobjekttyp und dann Queries. Zusätzlich nehmen wir auch Analysis for Office Arbeitsmappen aus Business Objects mit auf. Über die Schaltfläche Anwenden wird der Dialog geschlossen und die Regel auf das Strukturelement angewendet. Für das Kapitel Datenflussübersicht erstellen wir eine weitere Zuweisungsregel für HANA Composite Provider mit einem V an der ersten Position des technischen Namens, die in der Info-Area YB-EPM enthalten sind. Auf diese Weise kombinieren wir die verfügbaren Möglichkeiten zum Erstellen einer Zuweisungsregel. Neben der Möglichkeit, benutzerdefinierte Regeln zu erstellen, können auch Layer als Zuweisungsregeln verwendet werden. Sie basieren im Prinzip auf den gleichen Regeln wie benutzerdefinierte Zuweisungsregeln. Layer werden im Bereich Templates und Varianten verwaltet und können auch bei der Darstellung von Datenflüssen verwendet werden. Objekte, die den festgelegten Zuweisungsregeln entsprechen, werden beim Hinzufügen automatisch unterhalb des Strukturelements eingeordnet. Dies sehen wir im nächsten Schritt, wenn wir Subobjekte in die Struktur des Szenarios einfügen. Hierfür wechseln wir im Szenario-Designer auf den Tab Objekte. Zunächst muss ein Subsystem ausgewählt werden. Je nach Lizenz stehen BW, BO und HANA-Systeme zur Verfügung. Außerdem können auch Projekte des Modellierungsmoduls ausgewählt werden. Anschließend muss noch der gewünschte Objekttyp ausgewählt werden. Über eine Filterzeile können Sie die Objekte auch nach technischem Namen filtern. Per Drag & Drop fügen Sie die gewünschten Objekte in die Struktur des Szenarios ein. Die hinzugefügte Query wird automatisch unterhalb des Kapitels Berichte eingefügt, da eine passende Zuweisungsregel für dieses Strukturelement besteht. Außerdem ist standardmäßig der Zuweisungsregelmodus aktiv. Solange dieser Modus aktiv ist, werden die hinzugefügten Objekte entsprechend der Zuweisungsregeln eingeordnet. Wenn wir versuchen, weitere Queries unterhalb eines beliebigen Elements zu platzieren, also unabhängig oder entgegen bestehender Zuweisungsregeln, dann müssen wir zunächst diesen Modus deaktivieren, indem wir die entsprechende Checkbox abhaken. Nun können neue Objekte manuell in der Struktur abgelegt werden. Wenn wir Objekte innerhalb der Struktur verschieben möchten, geht das auch, wenn der Zuweisungsregelmodus aktiviert ist. Die Zuweisungsregeln kommen immer nur beim Hinzufügen in die Struktur zum Tragen. Wenn ein Subobjekt mehrfach in einer Struktur vorkommt, werden die zusätzlichen Instanzen Magentafarben hervorgehoben, sobald eines der Objekte markiert ist. Werden Objekte, für die es keine passende Zuweisungsregel in der Struktur gibt, im Zuweisungsregelmodus hinzugefügt, dann werden diese Objekte in einem Unassigned-Kapitel in der Struktur gesammelt. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle? Das Unassigned-Kapitel und alle Objekte in diesem Kapitel werden orange hervorgehoben und beim Export des Szenarios nicht berücksichtigt. Damit diese Objekte exportiert werden, müssen sie in die reguläre Struktur des Szenarios eingeordnet werden. Sie können die Objekte ganz einfach manuell in der Struktur verschieben. Wenn eine passende Zuweisungsregel im Nachhinein erstellt wurde, können Sie diese Regel über das Kontextmenü auf die Objekte im Unassigned-Kapitel anwenden. Die Objekte werden dann entsprechend der vorhandenen Regel in der Struktur platziert. Objekte können auch von außerhalb des Szenario-Designers zu einem oder mehreren Szenarien hinzugefügt werden. Dies ist besonders hilfreich, wenn Objekte, die im Zusammenhang mit anderen Objekten stehen, hinzugefügt werden sollen. Wie beispielsweise über einen Verwendungsnachweis oder aus der Darstellung eines Datenflusses heraus. So können beispielsweise über die Relationen auch alle wiederverwendbaren Kennzahlen eines Info-Providers gesammelt und den gewünschten Szenarien zugewiesen werden. Hierzu müssen die gewünschten Objekte markiert und dann über das Kontextmenü der Punkt Szenario-Zuordnung und Verwendung ausgewählt werden. Über diesen Dialog können Subobjekte aus verschiedenen Ansichten im Doku-Performat zu Szenarien zugeordnet werden. Die entsprechenden Szenarien können über die Ordnerstruktur ausgewählt werden. Mit der Schaltfläche Zuweisen werden die Objekte in die Szenario-Struktur eingefügt. Auch hier, für alle Objekte, die auf diese Weise einem Szenario zugeordnet werden, gelten die Zuweisungsregeln. Das bedeutet, dass Objekte, für die es in einem Szenario keine entsprechende Regel gibt, im Unersigned-Kapitel landen. Im zweiten Tab des Dialogs kann die Verwendung der ausgewählten Objekte in Szenarien geprüft werden. Es werden pro Objekt alle Szenarien gelistet, in denen das jeweilige Objekt verwendet wird. In der Dropdown-Auswahl werden alle vorkommenden Szenarien aufgeführt und in der Liste hervorgehoben, wenn eines ausgewählt wird. Über die Schaltfläche Entfernen kann die Zuordnung der Objekte zu ausgewählten Szenarien aufgehoben werden. Dieser Dialog zur Zuordnung von Subobjekten zu Szenarien kann aus verschiedenen Ansichten heraus verwendet werden. Beispielsweise bei der Darstellung von Datenflüssen, in Verwendungsnachweisen, bei der Auflösung von Transporten oder in der Objektauswahl auf dem Tab Objekte. Wir haben jetzt also zwei Möglichkeiten kennengelernt, wie wir Subobjekte in die Struktur des Szenarios einfügen können. Wir können sie entweder direkt im Szenario-Designer auswählen und platzieren oder, wie wir eben gesehen haben, von außerhalb des Szenario-Designers zuordnen. Wenn die Objekte im Szenario platziert sind, können unter Eigenschaften je nach Objekttyp einige Einstellungen für den Export vorgenommen werden. Für alle Objekttypen kann an dieser Stelle eingestellt werden, ob der Kommentar und die technische Dokumentation exportiert werden sollen. Objekte, die einen Datenfluss besitzen, können außerdem mit einer Grafik des Datenflusses exportiert werden. Über das Zahnrad-Icon können weitere Einstellungen vorgenommen werden. Für den Export der technischen Dokumentation kann festgelegt werden, ob der gesamte Datenfluss exportiert werden soll oder nur bis zu einem bestimmten Level. Diese Einstellung resultiert in detaillierten technischen Dokumentationen für die Objekte des gesamten Datenflusses nach unten. Für den Export der Datenflussgrafik können ebenfalls Einstellungen vorgenommen werden. Es können Layer für die Darstellung aktiviert werden und Lookups im Datenfluss angezeigt werden. Zusätzlich zum Export des Kommentars und der technischen Dokumentation kann für Prozessketten eine Übersicht der Subprozessketten ausgegeben werden. Wenn eine Rolle exportiert werden soll, können auch die zugeordneten Benutzer exportiert werden. Für berechnete Kennzahlen kann zusätzlich die komplett aufgeschlüsselte Formel ausgegeben werden. Über das Kontextmenü können Eigenschaften eines Objekts komfortabel auf andere Objekte des Szenarios übertragen werden. Dies erleichtert einen einheitlichen Aufbau des Szenarios. Die eingestellten Eigenschaften werden auch über Icons an den Subobjekten dargestellt. Eine Besonderheit stellen hierbei die Kommentare dar. Diese haben zwei verschiedene Icons. Das eckige graue Icon symbolisiert, dass der Export des Kommentars vorgesehen ist. Das runde, transparente Icon symbolisiert, dass ein Kommentar gepflegt ist. Nur wenn beide Icons vorhanden sind, wird auch tatsächlich ein Kommentar exportiert. Da wir nun einige Subobjekte in unser Szenario eingebunden haben, können wir uns jetzt die Listen-Elemente anschauen. Mit diesen Elementen können Tabellen mit Objekten in das Szenario aufgenommen werden. Diese können als Übersichtslisten fungieren und zum Beispiel zu Beginn eines Szenarios vermitteln, welche Objekte in einem Szenario involviert sind, ohne allzu sehr ins Detail zu gehen. Für BW, BO, HANA und manuelle Third-Party-Objekte gibt es jeweils eigene Listen-Elemente. Nach dem System hinzufügen, kann die Liste über das Kontextmenü oder einen Doppelklick bearbeitet werden. In diesem Dialog muss zunächst ein System gewählt werden. Wenn in der Liste alle im Szenario verwendeten Objekte gelistet werden sollen, dann wählen Sie bei Objekttyp alle Objekttypen und klicken anschließend auf diese Schaltfläche. So fügen Sie alle im Szenario verwendeten Subobjekte in die Liste ein. Sie können den Aufbau der Liste verändern, indem Sie einen Rechtsklick auf den Spaltenkopf machen und die Spaltenauswahl aktivieren. Per Drag & Drop können Sie weitere Spalten in die Tabelle ziehen oder Spalten aus der Tabelle entfernen. Wenn die Tabelle dem gewünschten Aufbau entspricht, kann sie gespeichert und der Dialog geschlossen werden. Unser Szenario ist jetzt fertig und bereit für den Export. Über die Schaltfläche Szenario exportieren in der Toolbar kann der Export als Word, PDF oder HTML gestartet werden. Dies öffnet den Exportdialog mit verschiedenen Exportoptionen. Die Einstellungsvariante bestimmt den Detailgrad für die technische Dokumentation der Subobjekte. Damit können unterschiedliche Zielgruppen angesprochen werden. Das Word-Template bestimmt die visuelle Erscheinungsweise und ermöglicht die Umsetzung des Corporate Designs. Die Kommentarvariante ist ein weiteres Instrument, um die Zielgruppe anzusprechen. Sie bestimmt, welche Kommentarkapitel der Objektkommentare exportiert werden. Die Sprache für Kommentare bestimmt, welche Sprache der Objektkommentare exportiert werden soll. Die Version kann frei gewählt werden und über eine Textmarke im Word-Template in das exportierte Szenario eingefügt werden. Außerdem wird die Version in der Exporthistorie angezeigt. Die Exportquelle kann eingestellt werden, wenn für die Subsysteme unter Administration die Systemstufen gepflegt wurden. Wenn eine Systemstufe als Exportquelle ausgewählt wird, dann werden die Objekte mit ihrem technischen Namen für die Dokumentation in dem System gesucht, welches in der entsprechenden Systemlandschaft die ausgewählte Stufe zugewiesen hat. Die Generierung des Dokuments findet in diesem separaten Fenster statt. Mit einem Klick auf den Pfad kann das fertige Dokument in Word geöffnet werden. Alle Exporte eines Szenarios werden in der Exporthistorie protokolliert. Wir haben jetzt kennengelernt, wie Szenarien innerhalb der Ordnerstruktur erstellt, im Szenario Designer strukturiert, mit Subobjekten ausgestattet und schließlich exportiert werden können. Wie eingangs erwähnt, zeige ich Ihnen jetzt, wie Sie mit Templates arbeiten können. Szenario Templates können unter Templates und Varianten erstellt und verwaltet werden. Hier können Sie eigene Templates hinzufügen. Bei der Installation des Doku Performers wird ein Standard-Template für Projektdokumentationen erstellt. Ein neues Szenario Template können Sie über die Schaltfläche Hinzufügen erstellen. Die Gestaltung der Templates funktioniert anschließend genau wie bei einem Szenario. Über das Kontextmenü, die Toolbar oder einen Doppelklick kann das Szenario Template im Szenario Designer geöffnet werden. Mit den Radio Buttons oben links kann zwischen Szenarios und Templates gewechselt werden. Jetzt ist der Button für Templates ausgewählt und in der Dropdown-Auswahl können bestehende Szenario Templates ausgewählt werden. Alle Inhalte, die in ein Szenario Template eingefügt werden, sind später auch in einem Szenario verfügbar, das auf Basis eines Templates erstellt wurde. Hierdurch können Szenarien schneller aufgebaut und ein einheitlicher Aufbau sichergestellt werden. Beim Erstellen eines neuen Szenarios muss in der Dropdown-Auswahl das gewünschte Template ausgewählt werden. Zuletzt zeige ich Ihnen, wie Sie im Doku-Performer Zugriff auf Szenarien erhalten. Der Zugriff ist einerseits abhängig von der verwendeten Lizenz und andererseits von den Berechtigungen des verwendeten Benutzers. Szenarien sind Teil des Kommentierungsmoduls. Das heißt nur, wenn die Kommentierung für die gewünschten Systeme lizenziert ist, können Szenarien genutzt werden. Im Überfenster können Sie prüfen, ob das Kommentierungsmodul für ein bestimmtes System lizenziert ist. Neben der Lizenz sind die Einstellungen in der Benutzerverwaltung wichtig. Für jeden Benutzer kann festgelegt werden, auf welches Szenarioordner zugegriffen werden kann. Öffnen Sie den Dialog für die Bearbeitung des Benutzers. Im Tab Szenarioordner werden die vorhandenen Ordner dargestellt und können über eine Checkbox für den Benutzer aktiviert werden. Identifizieren Sie außerdem die verwendete Rolle des Benutzers. Anschließend kann der Benutzer mit den gewünschten Einstellungen gespeichert werden. Im Bereich Rollen bearbeiten Sie die entsprechende Rolle und vergeben im Tab Kommentierung unter Allgemein die gewünschten Berechtigungen. Sie können hier beispielsweise festlegen, ob Benutzer mit dieser Rolle Szenarien anlegen, ändern und löschen dürfen. Speichern Sie die Rolle, wenn die gewünschten Berechtigungen eingestellt sind. Damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich hoffe, das Video war hilfreich für Sie und wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Einsatz des Soko-Performers. Das Video war hilfreich für Sie.